Vielleicht fliegt schnell Du warst schon mal in Dubai Flughafen Was ich meine, Dubai Flughafen? Ja. Aber nicht. Dubai Flughafen sitzt mit dem Flughafen Düsseldorf. Diese hier. Der in der Mitte. So sieht sie aus. Aber ein bisschen größer als hier. Der Düsseldorfer Flughafen. Ein bisschen größer. Und dann hier gibt es mehr Plätze in Dubai als hier. Die gleiche Form, aber da größer als hier. Und dann landen, landen und steigen zu viel. Mehr Flughafen runter in Dubai als hier. Zu viele. Zu wenig. Ja, zu wenig. Da haben wir eine hier. Wir haben drei Stück. Drei. Das ist der Flugzeug. Ja. Das ist ein Boeing. Das ist ein ältere Boeing. Lüfters hat jetzt Super Bowl. Ja. 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 Und da haben die Bussang auf den Fiat. Ja. 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 Vielen Dank.